Euer neuer Mitbewohner zu Hause soll ein Zwergkaninchen sein? Dann ist das genau euer Video. Hier erfahrt ihr alles über die Ernährung, über das Zugehör, über die Versteckmöglichkeiten, über Hygiene, über Einstreu. Ihr erfahrt quasi alles, was ihr braucht, um einen solchen kleinen, niedlichen und glücklichen neuen Mitbewohner zu Hause zu bekommen. Wusstet ihr schon, es gibt ein Land auf der ganzen Welt, das nach einem Tier benannt ist? Und das ist Spanien. Warum, erkläre ich euch? Die Kaninchen leben in Südspanien und Nordafrika und die alten Phönizier vor vielen tausend Jahren kamen dahin und erkannten die Kaninchen als Klipschliefer. Das ist ein anderes kleines Tierchen in der Größe, das nannten sie Ischapan. Und das Ischapan machten dann später die Römer Hispania, Hispania, Español, Spanien. Spanien heißt Kaninchenland. Jetzt ein paar Fakten, die ihr unbedingt wissen solltet. So ein Kaninchenleben ist zwischen sechs und zehn Jahren. Man sagt es im Schnitt acht Jahre. Geschlechtsreif sind die Tiere schon. Die Männchen nach drei Monaten, die Weibchen nach vier Monaten. Die Zucktreife sollte man normalerweise sechs Monate abwarten, da sind die Tiere alt genug. Zum Thema Zucht, damit euch hier nicht ein Fauxpas passiert und ihr ungewollt Kinder habt. Da haben wir euch die Mühe schon abgenommen, den Weg zum Tierarzt euch erspart. Bei uns gibt es nur kastrierte Männchen. Da sind wir schon bei der Konstellation. Die Tiere sollten am besten in einer Paarhaltung zusammenleben. Man kann auch eine größere Gruppe nehmen. Dafür sollte es aber dann schon ein Kaninchenzimmer geben, was wir sehr gerne auch euch ans Herz legen werden. Dazu dann später mehr. Aber ganz wichtig ist die Sache, egal wie viele Tiere ihr nehmt, nehmt sie immer so, dass sie automatisch paarig sind. Also immer gerade zahlen. Für die Kaninchenhaltung brauchen wir natürlich irgendwas, wo die drin leben können. So ein Meter 60 Käfig ist für uns die kleinste Variante, in der zwei Kaninchen gehalten werden können. Allerdings sagen wir immer, seht zu, dass ihr ihnen irgendwo die Möglichkeit gebt, ein großes Zimmer einzurichten. Wir reden hier von einem Kaninchenzimmer. Das ist der absolute Wohlfühlbereich, den die Tiere wirklich brauchen. Denn außerhalb eines solchen Käfis brauchen sie auch mindestens sechs Quadratmeter, um einmal durch die Gegend hüpfen zu können. Schön ist natürlich, den nur als Rückzugsmöglichkeit anzubieten. Da kann ich dann meine Futtersachen reinpacken. Ich kann dort meine eventuelle Toilette für das Kaninchen dort hineinpacken. Das ist natürlich okay. Der lässt sich aufklappen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, dass die Tiere rein und raus springen können, wann immer sie möchten. Jetzt zeige ich euch, wie man alles fürs Kaninchen richtig einrichtet. Wir haben hier unser kleines Biotop. Das ist ungefähr so, wie wir uns ein Kaninchenzimmer vorstellen. Und hier unten, anhand diesem Beispiel, werde ich euch mal genau erklären, welches Einstreu wir nehmen. Warum wir welches Häuschen nehmen. Und ach, da ist schon einer freisig am Fressen. Was für ein Futter natürlich die Tiere bekommen. Fangen wir mal mit den Einrichtungsliegenständen an. Ganz wichtig bei den Kleinen ist, ich muss irgendwie Verstecke drin haben. Man darf nicht vergessen, die Kaninchen sind große Horben normalerweise gewöhnt und sind unterwegs eben in vielen Individuen. Und da gibt es natürlich eine ganz klare Hierarchie. Bedeutet, wenn der Big Boss vorne reingeht und ich habe keine Chance, irgendwo rauszukommen, dann habe ich Stress. Also immer, egal welches Häuschen ihr nehmt, es gibt einen Eingang, einen Ausgang. Oder eben, ihr nehmt eine Weidenhöhle. Das ist genau das gleiche Problem. Hier kommt jemand rein, hier ist zu, gibt Stress. Also sage ich, beide Seiten offen. Das schön, kriegst du wieder über den Rücken, mein Kleiner. Und damit habe ich von Hause aus das vermieden. Die Tiere haben viel mehr Ruhe und Happy Kaninchen. Na, die sehen so aus. Ihr seht gerade, wie fleißig die hier fressen und sie gegenseitig rausschubsen. Das ist übrigens der Grund, wenn ich mehrere Tiere habe, pro drei Kaninchen gibt es immer ein Läpfchen Futter, damit es auch nicht irgendwo Streitigkeiten gibt. Und auch da der Rang, wo den anderen versucht wegzuschieben, es gibt immer genug Möglichkeiten. Zusätzlich haben wir verschiedene Bereiche, wo auch noch Kräuter angeboten werden. Das kann man auch mal in so einer kleinen Raufe dann machen. Das ist eine schicke Sache. Es gibt auch immer Äste, aber das erkläre ich euch gleich gesondert. Wasser ist eine wichtige Sache. Immer hochstellen. Wenn das Wasser unten steht und die Kaninchen hüpfen durch die Gegend, dann fliegt natürlich Streu mit hoch. Dann fliegt natürlich ein bisschen Strom mit hoch. Und das landet dann im Wasser. Das soll nicht sein. Das Trinkwasser sollte ja frisch sein. Jetzt erzähle ich dir ein bisschen was über das Einstreu. Wir haben erst mal drei verschiedene Grundeinstreusorten. Und zwar habe ich einmal ein Unterstreu, ein Mittelstreu und ein Überstreu. Das Unterstreu, das sind solche harten Holzpellets. Die sorgen dafür, dass wenn da irgendwie in die Ecke reingepullert wird, dass das auch wunderbar aufgesaugt wird. Hintergrund der ganzen Nummer ist, dass wir mehrere Streusorten haben. Diese kleinen, runden, harten Pellets, die sind natürlich so schön für die ganzen Füßchen. Das heißt, wenn die da rüber gehen, das drückt. Unangenehm soll es ja nicht sein. Also kommt darüber ein relativ weiches Einstreu. Ob ich jetzt ein Linum nehme oder ob ich jetzt ein Hanfeinstreu nehme, das ist völlig egal. Ich habe hiermit erstmal eine feinere Abdeckung darüber. Und auf diese ganze feine Abdeckung kommt dann nochmal eine richtig schön dicke Schicht mit Stroh. Das Stroh hat nicht die Eigenschaft, sich aufzusaugen, sondern wenn da mal jemand reinpullert, das läuft wunderbar daran vorbei. Wird er hier ein bisschen absorbiert. Und ansonsten komplett da unten aufgesaugt. Das hält den Geruch ein bisschen zurück. Und damit habe ich erstmal drei Komponenten, die mein komplettes Einstreu ausmachen. Zusätzlich nehmt mal ein Überstreuer noch dann als extra dazu, damit die Vieren auch mal etwas anderes unter den Füßchen spüren. Hier habe ich jetzt gerade was rausgesucht. Ein Walderlebnis nennt sich das. Hier sind ein bisschen Muse mit drin. Ein, zwei, drei kleine Stöckchen. Und natürlich ganz viele tolle Blätter. Alles davon kann natürlich gefressen werden. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Was ich euch gerne als herrslichen möchte, verzichtet bitte das, was früher gemacht wurde, auf die normale Sägespäne. Die staubt sehr stark und ist meistens dafür verantwortlich, dass die Tiere Atemwegserkrankungen bringen. Jetzt erkläre ich dir im Grunde die ganzen Futterkomponenten. Als erstes haben wir das Hauptfutter. Beim Hauptfutter gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man gibt ein normales Kraftfutter. Da muss man aufpassen, nicht mehr als man sagt so 50 Gramm pro Tier im Grunde am Tag. Oder man gibt eine, ich sag mal, leicht bekömmliche Variante. Das ist das, was wir empfehlen. Wir haben hier Kräuterpellets. Die sind aus über 30 verschiedenen Kräutern zusammengesetzt. Auch extra strukturiert, dass sie für den Zahnabrieb auf der einen Seite sorgen und auch gut aufgenommen werden können von dem Tier. Die können quasi satt komplett drin liegen. Zusätzlich zu den normalen Kräutern, die wir in dieser hartgepressten Form haben, immer ausreichend Kräuter anbieten, die in loser Form dargeworden werden. Und hier habe ich zum Beispiel eine Variante, da ist Beifuß, Gänsefuß und ein bisschen Brennnessel mit drin. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Hier vorne ist das gleiche auch ein bisschen mit Blüten nochmal. Hier sind verschiedene Komponenten drin. Ich habe Petersilie im Wurzel und ich habe Hibiskusblüten. Das alles komplett zusammen gerne in einem extra Napf oder in einer kleinen Schale angeboten. Das kann auch von der Sache her ausreichend den ganzen Tag über dargereicht werden. Heu sollte immer zur Verfügung führen, denn die Kaninchen haben einen Stopfmagen. Das heißt, sie müssen immer, immer fressen. Nicht so wie bei uns, dass das einfach weiter transportiert wird, sondern da muss von oben wirklich Nahrungsbrei kommen, der das Ganze in den Magen reindrückt. Darum Heu immer komplett da haben. Hier haben wir zwei verschiedene Sorten Heu. Ich habe immer ein weiches Heu. Das nenne ich das Kuschelheu. Das ist das, was die auch gerne nehmen, sich einfach mal ein Nestchen, eine kleine Sasse hinzusetzen und sagen, okay, komm, ich kann mich da ein bisschen einkuscheln. Das wird natürlich auch gefressen, aber wichtig ist, dass ich etwas habe, was auch langfasrig ist. Dieses Heu wird meistens nicht gekauft, darum empfehlen wir es immer extra, denn es sieht sehr unattraktiv, sehr hart aus. Das ist aber sehr gut, gerade für den Zahnabrieb. Zum Zahnabrieb kommen wir auch noch gleichzeitig bei den Obstgehölzen. Nehmt bitte Obstzweige, die sind genauso gut. Die Zähne müssen sich abnutzen können. Man kann es sich gar nicht vorstellen, aber so ein Zahn wächst normalerweise, gerade im Unterkiefer, 0,75 Millimeter am Tag. Das sind knapp 30 Zentimeter im Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Da muss also wirklich ganz, ganz viel abgerieben werden. Ganz wichtige Sache, deshalb langfaserigeres, hartes Heu. Ein Mineralstein ist klar, Mineralversorgung, Spurelemente auf jeden Fall. Fürs Wasser gebe ich es sehr gerne, einmal gerade nach dem Umsetzen. Die Tiere haben Stress und dann ist es auch immer ganz wichtig, dass man sagt, sie müssen gut bei mir zu Hause ankommen und der Darm soll sich erstmal beruhigen. Dafür haben wir solch ein Präparat, das ist für die Darmflora da. Ausreichende Bakterien können sich dann wunderbar wieder ansiedeln, die guten Bakterien vor allen Dingen, die dann eben dafür sorgen, dass es dem Tier auch gut geht. Und dann auf der anderen Seite mal ein Vitaminprodukt. Hier ist L-Carnitin mit drin, das sorgt für eine Fettverbrennung. Das ist auch gar nicht verkehrt, natürlich, falls es mal Leckerli zu viel gibt. Obst und Gemüse. Obst und Gemüse, klar, nach Eingewöhnung immer gerne alles anbieten. Unsere Tiere hier kriegen Apfel und Möhre. Und das in recht kleinen Portionen, weil sie das noch gar nicht so großartig kennen. Da muss man aufpassen, dass man das nicht einfach zu viel gibt. Wir geben hier, ja wir sahen es auch, 10-15 Gramm, bedeutet also im Klartext eine so eine Möhre, die ist hier für 8-10 Kaninchen und genauso ein Apfel, klein zerschnitten für 8-10 Kaninchen. Also gibt vielleicht erstmal, wenn ihr nur 2 oder 4 solcher Tiere habt, einfach nur erstmal die halbe oder die Viertelportion für den Anfang. Später natürlich gerne mehr. Also um das nochmal alles komplett zusammenzufassen, man kann gar nicht von diesen ganzen Kräutern zu viel füttern. Ad libitum, sagt der Tierarzt, das beißt also immer satt geben. Wie gesagt, der Stopfmagen, es muss immer was reinkommen. Ist es ein Kräuterpellet, kann der so viel drin liegen, wie er in den Napf reinpasst und der sollte niemals alle werden. Das Heu sollte niemals alle werden. Kräuter immer da reichen. Sorgt dafür, dass immer ein, zwei solche Ästchen auch irgendwo mit rumliegen. Bis die Rinde ab ist, dann natürlich 2 neue. Bei den Äpfeln und bei den Möhren achtet drauf, dass ihr am Anfang nicht allzu viel gebt. 10 Gramm pro Tier, pro Tag. Das sollte für den Anfang ausreichten. Später sind sie daran gewöhnt, könnt ihr natürlich mehr kriegen. Tja, und das war es im Grunde. Eigentlich immer komplette, volle Möhre, im wahrsten Sinne des Wortes, für eure Kaninchen. Jetzt für dich nochmal eine kurze Zusammenstellung über die Näpfe und was da rein gehört. Wir brauchen einen Wassernapf. Der steht immer erhöht auf einem flachen Häuschen, damit eben kein Streu da reinkommen kann, das Wasser verunreinigt. Wir haben hier einmal das Kraftfutter. Wir nehmen, wie gesagt, bei uns kein Kraftfutter. Wir nehmen ein Kräuterfutter. Dadurch kann es immer satt drin sein. Das ist das Schöne. Ich brauche also nicht darauf achten, wie viel Gramm gebe ich hier immer volle Granate. Dann einen Napf komplett für unsere Kräuter. Hier haben wir so ein gemischtes Potpourri aus allen möglichen Kräutersorten zusammen gemacht. Das kann natürlich auch immer satt gegeben werden. Die Tiere sollen sich ja da noch beglücken. Und dann kommt ganz wichtig, unser Heu. Einmal das harte Heu, langfaserig, das eben dafür da ist, dass der Zahnabrieb auch gegeben ist. Und dann habe ich nochmal mein Kuschelheu, das etwas weichere. Das kommt hier mit rein. Dann für die Tierchen, die können sich dort ein kleines Bettchen bauen. Und natürlich nicht zu vergessen, wir sprachen ja über Möhre und Apfel. Hier also darauf achten, dass ich eben ungefähr 10 Gramm gebe. Wir haben hier einige Tiere drin. Das heißt also, pro 10 Tiere gibt es hier eine Möhre und ein Äpfelchen. Ich habe es jetzt hier halbiert. Und nochmal der Hinweis für Zahnabrieb. Da haben wir dann also eine wunderschöne Futterraufe. Und diese wunderschöne Futterraufe ist dann mit unseren Obstbaumstöckchen bestückt, damit die Tierchen dann auch schön ihre Zähne weiter runterraspeln können. Jetzt erkläre ich dir alles über das Thema Hygiene. Die Kaninchen sind relativ saubere Tiere. Relativ, weil es kann mal was daneben gehen. Aber normalerweise suchen sie sich irgendwo in ihrem Bereich einen Toilettenbereich. Und der ist dann natürlich oftmals mit Sand umgeben. Darum haben wir hier eine Buddelbox. Die Buddelbox ist einmal für die Kaninchen gerade in den Sommermonaten, um sich schön zu kühlen. Zum Zweiten buddeln sie wahnsinnig gerne. Und ihr wollt die Tiere ja gerne in einem großen Zimmer halten. Da ist es natürlich ein bisschen schwierig, teile da keine Erde ab, gibt es natürlich diese Buddelbox. Oftmals wird die als Toilette benutzt. Dafür gibt es dann noch so einen Sieb. Das heißt, ihr könnt da einmal durchgehen. Ein bisschen sieben. Und das, was übrig bleibt, das sind die Köttel eures Kaninchens. Jetzt ist das Einzige, dass ich jetzt sagen kann, okay, die Kaninchen machen jetzt dann nur rein und erledigt. Nein, ich muss auch insgesamt mal sauber machen. Das bedeutet, mal richtig desinfizieren. Dafür habe ich einmal ein richtiges Desinfektionsmittel. Um zwischendurch mal so ein bisschen sauber zu machen, die Heusten sauber zu machen, gibt es ein Desinfektionsmittel, ein Reinigungsmittel, was auf natürlicher Basis ist. Bei diesem immer aufpassen. Schön mit klaren Wasser nachspülen. Hier ist das nicht unbedingt nötig. Und das hier, das wäre ein Mittel, was also richtig schön auch mal harte Ecken, die so ein bisschen als hartiger Dreck- oder Urinflecken dann übrig bleiben, das dann auflöst und auch reinigt. Sollte es mal in irgendeinem Fall dazu kommen, dass ihr irgendwelches Ungeziefer reinkriegt, was wir natürlich nicht hoffen wollen, es gibt immer mal eine Fliege, die sagt, okay, ich mache mich mal hinten in der Ecke mal breit. Dann gibt es auch ein Spray, um dagegen vorzugehen. Wichtig bei der ganzen Nummer, das bitte immer anwenden, ohne dass das Tier irgendwo auch nur in der Nähe ist. Die anderen Sachen sind natürlich auch so gedacht, dass ihr auch mal das Tier entfernen müsst. Also brauchen wir immer eine Transportbox. Die braucht ihr natürlich schon, wenn ihr das Tier kauft, aber im Nachhinein behaltet die bitte, denn die ist ganz wichtig, wenn ich mal zum Tierarzt will, mal zum Krallenschneiden zu uns komme oder eben einfach mein wunderbares Kaninchenzimmer sauber machen, damit die Tiere in Ruhe und ein kleines Rutschduchsmöglichkeit haben in solch einer Transportbox. Jetzt zeige ich dir, wie das Ganze mit dem Tierkaufverstanden geht. Wenn wir uns dann für ein Tier entschieden haben, dann braucht ihr natürlich eine Transportkiste, das ist klar. Jetzt habe ich hier einen kleinen Gefangenen und den werden wir jetzt mal erst mal begutachten, ob er dann gesund ist. So, jetzt wollen wir uns mit einer kleinen Freundin natürlich nicht allzu lange stressen. Dementsprechend schauen wir mal schnell einmal hier unten. Ist der Po sauber? Hier gucken wir gleich mal Junge oder Mädchen. Okay, hier haben wir einen kleinen Jungen. Dementsprechend müsst ihr euch natürlich den Namen dann auch aussuchen. Die Augen werden angeschaut, ob sie schön klar sind, nicht verklebt. Dann, was die immer nicht ganz so mögen, aber was dann trotzdem sein muss, wir schauen mal ganz kurz die Zähnchen an. Zack. So, gucken wir mal. So, schaut mal. Die sehen gut aus, die sind nicht schief, die sind völlig in Ordnung. Also kann der kleine Freund jetzt umziehen in sein neues Zuhause. Da wir uns den kleinen Mann jetzt angeschaut haben und der natürlich augenscheinlich gesund ist, möchte ich euch trotzdem noch etwas erzählen. Ganz wichtig, achtet immer auf euer Tier. Sollte es sich irgendwie anders benehmen, als ihr das kennt, das heißt mal die Flanken einziehen oder den Rücken mal krümmen oder er ist teilnahmslos in der Ecke und ihr merkt also auch, sonst hüpft er immer durch die Gegend, wenn er seine Möhrchen gibt. Das macht er jetzt gerade nicht. Hat er eine kleine Schnoddernase? Dann bitte sofort zu uns kommen. Wir helfen euch. Wir können euch auch einen guten Tierarzt empfehlen, weil das dann meistens anzeichen, dass es dem Kleinen nicht so gut geht. Was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, es gibt auch eine Außenhaltung. Klar, nicht anfangen damit, wenn die kalte Jahreszeit anfängt. Die brauchen natürlich ein bisschen Vorlauf. Die Tiere sind jung. Bei uns sind die normalerweise, sagen wir mal so, um die acht Wochen alt und bei acht Wochen alten Kaninchen, die dann im Später abends rauskommen, das ist nicht so gesund. Aber gerade im Laufe des Sommers ist das eine wunderbare Sache. Wer einen Garten hat, der kann dann hier ein kleines Gehege noch mit draußen ran machen. Ähnlich wie in dem Kaninchenzimmer, was wir euch ja so ans Herz legen. Mindestens sechs Quadratmeter. Das ist das, was man so ein Zwergkaninchen haben möchte. Es gibt auch hier noch die Möglichkeit, eben kleine Zäune als Abstecker ringsherum zu setzen. Also wir sind für alles gewappnet. So, das war es im Grunde alles rund ums Zwergkaninchen. Alles, was ihr dafür benötigt, bekommt ihr natürlich bei uns hier bei Megazoo. Ich möchte euch nur noch den Hinweis geben, mal so eben vorbeikommen und Kaninchen kaufen, das gibt es bei uns nicht. Wir machen richtig Beratungstermine. Also bitte meldet euch vorher per Mail an oder kommt in den Markt und fragt nach einem Beratungstermin und dann erklären wir euch alles, was ihr braucht und alles, was ihr gerade in diesem Video gesehen habt, in aller Ruhe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.